ich habe nicht sturm gewehr auf mein nacken ich weiß durch lande oder alles ist bei dir so ein squat das ist nicht so gut was ich nicht habe bei mir ist eine blaue pampel an ja bruder aber wie komme ich zu dir ich habe einen rift direkt rift ich gleich zu dir soll ich riften soll ich riften allerdings habe ich riefen achte ich kurz trieb ich gerade brauchst du hilfe soll ich kommen ich habe sechs kills digga ja du scheiße maschine alter sowas kommt auf youtube digga ich habe eine sky ich habe die goldene ich habe die goldene danke ich habe natürlich verbände für dich hast du leichte und ja doch leicht und rot hast du verbände für mich hallo beeilig jaja waren sie noch gegner ja ja ich höre tausende gerade ich weiß der fliegt hier rum aus glaube ich schmeckt ja hallo was ist das denn das laufsparketen wo sind die keine ahnung hallo ich weiß es nicht digga da bei den auf main auf main auf main ja ok 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 wo 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 hier unten spring rein spring rein ob ich irgendwo hier dritte stress übelst der direkt vor mir ich war ein flaschenraketen erklär mir das dann kann ich so benutzen wirft ihr einfach hier gegen die wand damit die zerstört alles wort was halt wo drauf die schließen was soll ich das machen werf einfach irgendwo hin die schießen gebäude kaputt alles bei mir ja ich hole ich schreibe nur nicht wo ist ich heute ich hab acht kills nice digga ich habe mitgegeben mit dingen wenn du das sagst du ja dann stresst du mich nur noch mehr also ich würde heulen ich habe acht kills irgendwo zu holen nein ich glaube nicht warum hast du acht killt hatte gemacht ich lade safe hoch für scheiß egal ob ich schiene alter schild oder so hast du nicht gefunden das hat was haben wir hier gemacht so besser gesagt dass du hier gemacht ich habe ihn so fett nicht gegeben aber dazu geschluckt alter ich habe kein bauern wir treiben ja ich will mir dann die runde safe selber noch mal gucken die runde war absolut geil ja hier im main liegen mir nicht wo oben hallo ich kann ich erst so block alter jo alter rechtscontroller ich habe nicht genug bauern ja ich geh auch dran wo gibt es hier einen wald kannst du deine markierung weg machen liegen noch mehr minis kannst du die stacken ich hab ein paar bände gut dann komm her und hol ich meine zwei stücke und ich nehme mir die ich glaube bei 120 oder war er bei 120 war er bei 120 äh ne ich glaube ich schätze ne hinter uns oder ich hab's auch gehört ja ich hab's auch gehört ich hab's auch gehört ja ich hab's auch gehört ja ich hab's auch gehört ja so was für loot ich mein halt hier ist ein paar kisten pass auf dass du nicht überrascht wirst gegenwacht 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 bei mir dein ernst jetzt dein ernst jetzt wo ist der der körper muss der körper muss also nicht so viel das ist wie den alter aber nicht das wie den das wie den das schon mal geklaut er auch gehen er finischt mich 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 er finischt mich